War das an der Aussprache? Verstehen und lesen klappt ganz gut, ne? Ja. Die, ähm, wo ich damals ganz oft war von Mamas Bekannten, die kommt aus Kanada, die hat mit mir auch immer auf Englisch geredet. Daher kommt das. Aber halt, ich hab's mir nie getraut zu sprechen und deswegen... ...wann ich hier immer hinsetzen. Ich weiß aber noch nicht, wer der Killer ist. Ich auch nicht. Ich kann noch was umgucken. Auf jeden Fall schon mal keiner mit Uneinigkeit. Oder jemand, der zu blöd ist, vor Uneinigkeit. Oder jemand, der zu blöd ist, vor Uneinigkeit. Ja. Ja. Weint, macht den Tot her. Ich seh's. Mikro! Er hat Ruin! Ist okay. Beut mich jetzt. Ach, scheiße. Erst mich für mich nicht. Ach, scheiße, mir ist wie fast gläten. Eier! In Kaffee! Das ist ein Schmatz. Es ist ein Schmatz.